Hallo und herzlich willkommen bei Rohe Energie. Ich bin gerade unterwegs und habe alle meine grünen Smoothies ausgetrunken und ich habe tierischen Hunger bekommen und ich habe jetzt so Bock auf Fast Food. Man glaubt es nicht, aber ich habe hier was besorgt. Irgendwo hier habe ich was. Hier drin ist der schnellste und beste Fast Food der Welt. Was mag da wohl drin sein? Ist da ein Hamburger drin? Big Mac? Currywurst? Nein! Es ist eine Banane. Es sind sogar zwei Bananen und sie sind sogar gut reif. Mal gucken, ob die drinnen auch so aussehen. Ah, wie schnell das geht. Es geht schneller als Hamburger Papier aufmachen. Sehr lecker. Soll ich mal einer sagen, es wäre schwierig sich gesund zu ernähren. Das sind alles nur Ausreden. Kauft euch ein paar Bananen oder schneidet euch ein paar Äpfelklein, wenn ihr irgendwie unterwegs seid. Oder kauft euch meinetwegen Obstsalat irgendwo. Immer noch besser als irgendeine Scheiße zu fressen. Das ist gesund und schmeckt gut. Alles klar. Bis bald. Guten Appetit. Tschüss.